Hallo liebe Wanderfreunde, bevor ihr jetzt das folgende Video genießen könnt, wünschen wir euch morgen einen frohen 4. Advent und in 5 Tagen ein frohes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 4. Etappe des Panoramaweges St. Wendler Land unterwegs. Start ist Nonnweiler und Ziel ist Tolei am Hofgut Imsbach. Die Wanderung hat etwa 19 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit! Wow Hauser Wow Wow Whoa Wow Big Untertitelung. BR 2018 Fast ein Kilometer entlang einer Landstraße, bei der jede Menge Betrieb ist. Es war dann doch kein Kilometer auf der Landstraße, sondern nur 500 Meter. Dann sind wir rechts abgebogen. Da scheint sich die Wegführung geändert zu haben, zugunsten der Wanderer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Den höchsten Punkt der Tour haben wir nun erreicht. Die nächsten 10 Kilometer geht es fast nur noch bergab und die nächste Bank ist uns, dann wird gespeist. Bis zum nächsten Mal. 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 Dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Am Hofgut Imsbach. Über Kommentare würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020